Jalai, grüß dich! Heute gleich das nächste Video und zwar, heute soll es gehen um die Koala, ja, Koala 2018, äh 2019, 2020, ne, 2018 und 2019, sorry, den 2020 habe ich jetzt nicht in den Händen und ich hoffe, man kann es einigermaßen sehen. Okay, und warum ich den Koala ganz gerne mag? Naja, weil ich einfach den Koala mag, ne. Ja, es ist ein süßes Tier, sollte man auch wirklich schützen, ähm, absolut harmlos und, äh, ja, gibt immer weniger davon. Ähm, abgesehen davon ist die Münze halt vom Preis-Leistungs-Verhältnis einigermaßen okay, ja, also ich gebe euch dann noch gleich ein Beispiel, wo das Preis-Leistungs-Verhältnis, äh, Ähm, ungleich, also der Spread ungleich höher ist, jetzt muss ich mal schauen, dass die Kamera jetzt irgendwie schief ist, so, ungleich höher ist. Also, hier, ähm, bei diesen Koalas, da habe ich gezahlt 20,60 Euro und wenn ich sie am selben Tag wieder verkaufen würde, würde ich jetzt bekommen 16,60 Euro, das macht, ähm, einen exakten Spread von genau 4 Euro. Also sind wir ungefähr auf der gleichen Höhe wie bei den, ähm, anderen zwei Münzen, die ich vorhin stelle, ähm, 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 aus Ghana, ähm, ja, die Giganten der Eiszeit, die ich vorgestellt habe. Und hier mal ein paar Beispiele, äh, dazu möchte ich jetzt ganz gern auf dem Screen wechseln und wie du hier sehen kannst, siehst du hier zum Beispiel die Koalas. Und, äh, und, äh, auf der Webseite jetzt zum Beispiel von dem, äh, auch Agentum, äh, ähm, Händler, also es gibt natürlich viele andere Händler, aber der hier zum Beispiel, der würde jetzt ankaufen, äh, äh, da siehst du den Ankaufspreis, zum Beispiel der Koala 2008 und 2007. Da wird es nämlich wirklich interessant. Also wir schauen hier mal bei 2008 erstmal rein und wie wir sehen können, ist hier der Ankaufspreis bei 35 Euro. Und du musst eines bedenken, dass 2008, ja, bei, bei, bei der Finanzkrise, ähm, war der Silberpreis, also mal abgesehen vom Sammler irgendwas wert, also der reine Silberpreis, kurzfristig auf 7 Euro, äh, runter, ne? Ja, also, äh, mit anderen Worten, 2007, 2008, äh, war der Silberpreis, ähm, ja, im Durchschnitt so zwischen 7 und 10 Euro, ja? Also das muss man da noch mit rein kalkulieren. So, jetzt schauen wir mal auf den Koala 2007. Da haben wir nämlich noch einen krasseren Ankaufswert. Also wenn du jetzt sozusagen 2007 hast du dir, ja, damals für, ähm, sagen wir mal so, was wird damals der Koala gekostet haben? Ungefähr so 10 Euro oder 15 Euro oder, oder vielleicht 12 Euro oder sowas in der Richtung, äh, auf dem, auf dem Euro, genau, kann ich dir jetzt leider nicht sagen. Ähm, 2007. Und wenn du den heute wieder verkaufen würdest, das siehst du also hier quasi bei, bei Ankauf, also das ist letztendlich, wenn du den verkaufen würdest, siehst du hier 50 Euro. Also, ja, hättest du damals, sagen wir mal, 100 Koala 2007 gekauft, ne, und kannst jetzt einfach nochmal mit reinrechnen, dass sich sozusagen der Silberpreis, äh, mehr oder weniger verdoppelt hat seit der Zeit. Ähm, wenn du das jetzt mit rausrechnest, ja, dann bist du ungefähr beim Sammler, äh, letztendlich beim, beim individuellen, äh, Stückwert, äh, bei der Stückwert, äh, bei der individuellen Stückwert, ähm, ähm, Zuwachs von ungefähr 100 Prozent, ne, weil du kannst da ungefähr rechnen, ähm, dass eben damals der Silberpreis 10 Euro war und jetzt ist er ungefähr bei, also zwischen 7 und 10, jetzt ist er ungefähr bei, bei 18 Euro, sowas, ja, und also Pi mal Daumen ungefähr 100 Prozent gemacht, ne, mit der Koala, äh, Münze und du siehst aber schon, dass es eben nicht bei jedem Jahrgang irgendwie das Gleiche ist, ne, das ist ja unterschiedlich, der eine Jahrgang ist 35, Euro, der andere ist 50 Euro, das kann jederzeit schwanken, es ist halt immer, hier, ich zeig's dir nochmal her, diese süßen, äh, Koala-Bärchen hier, es ist immer eine Frage von Nach-, Angebot und Nachfrage, exakt wie bei Aktien oder sonstiges, ja, wie bei allen anderen Dingen auch, ja, und, ähm, die Sache ist natürlich jetzt ganz natürlich argumentieren, naja, in der Zeit von 2008 bis jetzt, also in den 10 Jahren bis jetzt 2019, ähm, sind Aktien, äh, teilweise 1000 Prozent gestiegen, ja, ja, mit Dividende oder was auch immer, ähm, es sind teilweise, Bitcoin sind teilweise so 10.000 Prozent gestiegen, ja, was sind da 100 Prozent, ja, ja, ist völlig richtig, und deswegen sag ich auch, hier diese Edelmetalle, ja, ähm, immer nur so um die 10 Prozent, äh, deines liquiden Vermögens, ja, und dazu zählen nicht Immobilien, ja, also, wenn du jetzt, äh, Immobilien sozusagen auf Kredit und fremdfinanziert hast und so weiter, ne, und du hast irgendwie 3 Millionen Euro in Immobilien, ja, dann, dann nicht, äh, jetzt noch 10 Prozent, davon, sondern, von einem liquiden Vermögen, ja, was in der Regel eher weniger, wie viel weniger ist, und davon wiederum nur 10 Prozent, ja, manche sagen 5 oder 7 oder 8 oder manche sagen 12, whatever, ja, ich sag einfach 10, äh, ist der, der Durchschnitt, äh, ist ein gesunder Wert, ja, und, äh, das ist genau der Grund, weil du letztendlich in der, in der Performance als solches, mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, was die Rendite betrifft, den Wertzuwachs, egal, welche Münze du auch hast, ja, ich zeig dir jetzt noch gleich eine, wo ein, unglaublich hohes Spread hat, ähm, am Screen, ähm, egal, wie du es drehst und bändest, ja, es ist ein reiner, sozusagen, ein reiner, ähm, wie soll ich sagen, äh, Wert, äh, Wertspeicher, ja, ja, der quasi nie wirklich auf Null gehen wird, also Silber, Gold wird nie auf Null gehen, ja, bei einer Aktie hast du immer noch ein Restrisiko, es gibt halt wirklich starke Aktien, dass es so unwahrscheinlich, dass es auf Null geht, aber du hast immer noch ein Restrisiko, bei Silber und Gold hast du dieses Restrisiko nicht, ja, weil Silber und Gold geht nie auf Null, ja, ähm, und, ähm, ähnlich wie bei einer Immobilie ist durchaus ein bisschen vergleichbar, ja, und, ja, ähm, das ist eigentlich das, wo du, wo, wo ich nochmal hier, also, so, so, so geil ich, äh, Edelmetall und alles finde, ne, und auf eines nicht vergessen, dass eben unterm Schnitt, ich habe dir so zwei, drei Beispiele gezeigt, ja, ja, unterm Schnitt, äh, die Rendite als weiches immer, ähm, auch auf lange Sicht hin, ja, ähm, in der Regel geringer ist, wie wenn du jetzt dich ein bisschen mit Aktien, äh, sozusagen mal auseinandersetzt, ja, und, äh, und, äh, und aus dem Grund, äh, sollte man immer nur so 10% seines ehem Vermögens eben in Edelmetalle halten und einfach auch nicht viel mehr, ähm, manches sind dann bei 15%, ist auch okay, ja, also, ähm, ähm, jetzt möchte ich nochmal ganz kurz den zum Screen nochmal, ähm, und zwar hier das Bush Baby 2020 ist eine neue Münze und du siehst hier, äh, hier ist jetzt noch polierte Platte, die kosten dann meistens nochmal viel mehr, weil die noch extra poliert worden sind und so weiter, aber die ist jetzt einfach nun mal, äh, das ist einfach so ein Sonder-, schon was extra Besonderes, eine Münze mit geringer Auflage und polierte Platte und so weiter, kostet 74 Euro, eine einzige Münze Silber, ist es nur, ja, das ist genau, genau die gleiche Menge Silber, wie diese Koala, die ich dir gerade gezeigt habe, ja, ähm, oder die Giganten der Eiszeit, die ich dir im anderen Video gezeigt habe, ich verlinke dir das Video hier oben nochmal, und der Ankaufswert, wenn du diese, wenn du diese Bush Baby 2020 sofort, du siehst es ja selber, kannst ja lesen, äh, am gleichen Tag wieder verkaufen würdest, wäre der Ankaufswert 40 Euro, das ist sage und schreibe ein Spread, also eine Marge von 34 Euro, ja, die musst du erstmal zurückgewinnen, wenn du dir so eine Münze kaufst, ja, so schön die auch immer ausschauen mag, ne, ähm, du kaufst dir das Ding, das ist wie, das ist in der Tat vergleichbar, wenn du dir ein nagelneues Auto kaufst, ja, du kaufst ein nagelneues Auto, du setzt dich rein, fährst, gibst einmal Gas, fährst nach Hause zu dir zwei Kilometer und schon hat das Ding, äh, einen Wertverlust von 30%, ja, ist ungefähr, eher überspitzt gesagt, hier bei so einer Münze ist es sogar noch krasser, ne, du kaufst das Ding, würdest du es sofort wieder verkaufen wollen, bist du, also, fast 50% sind das ja, ne, also 34 Euro hast du schon mal Verlust gemacht von 74 Euro, also, da musst du halt wirklich, wirklich aufpassen, was du da draußen kaufst, weil ich hab eben, letztens, war ich beim Edelmetallhändler, ja, äh, hab ich ja schon öfter jetzt erzählt und bin in der Schlange gestanden, hab viele Leute dort getroffen und ich hab eben das Gefühl, dass viele, äh, jetzt über die, die YouTube und Social Media und auch viele ältere Leute über ihre, sagen wir mal, über ihre Jüngeren, also da hatte ich zum Beispiel eine Großmutter mit ihrem Enkel und so weiter, dass die halt dann letztendlich Wind bekommen, ja, Edelmetalle, das ist was, ja, die kaufen sich dann Crashbücher von Max Otte und, und Weick und, und der Dragicrash und alles Mögliche, ja, und irgendwelchen Goldburos und so weiter und so weiter und haben aber nur so ganz sachtes Halbwissen, ne, und dann kaufen sie sich irgendwie eine schöne Münze, die schön, äh, shiny ist, ja, die schön scheint, ja, aber schön poliert oder was weiß ich und kaufen sich dann irgendwas halt, ja, und, äh, erkennen gar nicht, dass sie letztendlich da so eine Art Jaguar kaufen, ja, so eine Art, ähm, ja, was weiß ich, so eine Art Royce Royce und wenn sie sie am selben Tag wieder verkaufen würden, dann hätten sie 50% Verlust gemacht, ne, also, ähm, deswegen immer schauen zum, zum, äh, als Versicherung, ja, immer nur Anlagemünzen kaufen und das, was ich hier hab, diese Koalas, ja, das ist schon, eigentlich mit einem Spread von 4 Euro ist eigentlich schon sauviel, denn das ist dann schon so extravagant, ne, man kauft sich da vielleicht ein, ein oder zwei davon oder ein paar vielleicht, aber nicht so in wirklichen großer Masse, in großer Masse immer nur diese Anlagemünzen, das sind nur 3 oder 4, die da wirklich in Frage kommen, dass du dann so ein Spread von 60 Cent, 80 Cent, 1 Euro, 1,20 Euro, ne, na gut, ähm, das, das lässt sich dann noch verkraften. Okay, das soll's gewesen sein, also, ich hoffe, ich konnte da so die Message mal, äh, rüberbringen, zu, zumindest, zu, auch zu den Leuten, die vielleicht immer so ein bisschen was mitbekommen, ja, von Edelmetallen und es gibt jetzt mittlerweile auch, ähm, so viele YouTube-Videos von Edelmetallhändlern direkt, also YouTube-Kanäle, die von Edelmetallhändlern erzeugt worden sind und betreut werden und die werden dir halt, naja, alles Mögliche natürlich sagen, auch wirklich gute Tipps und so, aber die werden dir halt nicht sagen, dass du letztendlich von der Rendite her natürlich immer schwächer bist, wie, wie Aktien, ja, und, äh, in der Regel auch Immobilien und, ähm, 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 die werden dir vielleicht auch nicht so, äh, nicht so krass rüberbringen, ja, ähm, dass du wirklich aufpassen musst, welche Münzen du kaufst und, ähm, den Spread, ja, ich hab noch kein wirkliches Video gesehen von Edelmetallhändlern, die dir wirklich erklären, äh, dass du aufpassen musst bei der Margen, weil das ist, die Margen ist ja das, wo die eben am meisten dran verdienen, ja, also desto seltener die Münze, desto, desto schwieriger wird das Ganze, dann musst du schon wirklich wissen, warum du das Ding kaufst, ja, und nicht einfach nur kaufen, weil es schön ausschaut. Wenn du damit natürlich keinen Verlust machen willst, wenn dir das egal ist, wenn du es einfach nur kaufst, weil es schön ausschaut, dann ist es aber auch kein Anlagegut, auch keine Versicherung, ja, keine Geldanlage, sondern ist es Konsumgut, ja, also, das bitte nicht vergessen, dann ist es genauso, wenn du in den Laden gehst und dir ein schickes Paar Schuhe kaufst, dann kaufst du dir die Schuhe auch nicht, weil die jetzt, äh, irgendwie, ähm, Wert erhalten sollen als Wertspeicher, sondern weil sie einfach schicke Schuhe sind, ja, und wenn du dir dann so eine Münze kaufst, wie zum Beispiel hier die, die Baby Bush 2020 polierte Platte, ne, dann kaufst du es als Konsumgut, dann kaufst du es, weil du, weil du davon sozusagen einen Mehrwert hast, äh, und, äh, weil es schön ausschaut, weil es zum, zum Verschenken, zum, ich weiß nicht, in Bilderrahmen reintun, in irgendein Limbus reinhängen und dann, ähm, am Schreibtisch oder, ja, das sind andere, andere Käufe von Edelmetallen, von, das ist genauso, wenn du zum Beispiel Ketten kaufst, Schmuck, ja, machst du in der Regel immer ein Verlustgeschäft, ja, als, äh, als Konsument, weil, wer will, da sind so viele Leute dabei, die da mit, äh, verdienen wollen, sobald, desto mehr Arbeit drin steckt ein Stück Edelmetall, ne, ja, sei es jetzt nur polierte Platte, Goldmünze oder sei es ein Goldschmuck, wo noch mehr, äh, Arbeit drin steckt, ja, die wollen alle mitverdienen, ne, das heißt, ähm, äh, ein bisschen vorsichtig sein bei Gold und Silber, muss man schon auch sich ein bisschen auskennen, ja, okay, das soll es gewesen sein für dieses Video, ich hoffe, hat es gefallen, hat es weitergeholfen, vielleicht, wenn du nur nicht so ein, ähm, wenn du einfach nur so ein bisschen immer was mitbekommst, von diesem ganzen Gold und Silberzeug, ja, von irgendwelchen Edelmetallhändler, YouTube-Kanälen und irgendwelchen Crash-Propheten und so, weil die sagen halt einfach, naja, kauf, ne, äh, Gold und Silber, äh, kannst nie was verkehrt machen, ne, auch beim Gold und Silber kaufen, wenn du dich nicht auskennst, kannst du viele, viele Fehler machen, ja, und das falsche Kaufen beim falschen Händler, zum falschen, äh, zum falschen Zweck, ja, die falschen Münzen, ja, ähm, es gibt so viele Sachen, äh, ich werde dann noch ein paar Videos demnächst dann auch machen, ähm, ähm, ich hab da noch ein paar, ähm, Beispiele, die ich dann noch, äh, hier verbreiten gerne möchte, um halt einfach ein bisschen mehr, äh, neutrales und völlig unabhängiges Wissen halt, äh, weiterzugeben. Bis zum da, also gut, dann bis zum nächsten Mal, ja, ähm, gib mir einfach einen Daumen hoch, ja, schau hier oben die nächsten Filme, äh, die nächsten Video an, und dann sehen wir uns in diesem nächsten Video. Bis dann, dein Thomas Klein und ciao. Bis dann, dein Thomas Klein und ciao.